Das hier, wo wir hier stehen, ist für Demokratie der beste Platz, den man auswählen konnte. Und diese großen Wolkenkratzer sind für die Covid-19-Pandemie das beste Symbol, was man auswählen konnte. Was wir jetzt sehen, ist eine unige Möglichkeit, unsere globalen Gendarmerie zu retten. Wie geht man mit denjenigen, die sich in den Impf lassen wollen, aber die man mit dem Impfstoff auch vieles erlauben könnte, ein öffentliches Leben? Wie geht man mit dem Impfstoff auch vieles erlauben könnte, ein öffentliches Leben? Wie geht man mit dem Impfstoff auch vieles erlaubt, ein öffentliches Leben? Wie geht man mit dem Impfstoff auch vieles erlaubt, ein öffentliches Leben? Wie geht man mit dem Impfstoff auch vieles erlaubt? Untertitelung des ZDF, 2020